Und da ist er, der Clip der Woche. Immer wieder schön. Ist ja gut. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach einem Rhythmusgerät. Mein Mann hat Geburtstag und spielt Akkordeon. Er hat bisher immer ohne Rhythmus gespielt. Aber jetzt wollen wir es mal mitprobieren. Haben Sie da was da? Da habe ich was ganz Schönes dran, meine Fräulein. Und zwar das TS-98. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das soll ja gut sein. Es ist gut. Gut, es ist ohne Drittel. Ein wunderschönes Gerät. Ich schalte es mal ein. Es kostet 8,50 Mark. Sieht auch schön aus. Das sieht schön aus vom Design. Da ist alles drin, was ich brauche. Alles drin. Sagst du mal zum Beispiel, Ihr Mann will einen flotten Rhythmus spielen. Er hat zum Beispiel so einen Alice-Bressler-Rhythmus. Da drücken Sie einfach hier. Beat 1 drücken Sie und dann geht es ab. Das klingt ja richtig flott, richtig modern, gell? Oder zum Beispiel einen Shuffle-Rhythmus, der wird so klingen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, jetzt passen Sie mal auf. Zum Beispiel ist es eine Hochzeitsfeier angesagt. Ihr Mann muss einen schönen Ballsherr spielen, er will tanzen. Ja, wir tanzen gern, mein Mann, und ich. Wir tanzen alle, die ganze Familie tanzen. Das habe ich mir gedacht, als Sie reinkommen sind. So, wie gesagt, da drücken Sie einfach Beat 3. Ach, das ist ja wunderschön. Also, das ist ja richtig toll. Das ist ein Ballsherklang. So, dann haben wir hier zum Beispiel noch Bossa Nova. Sag mal, da klingt ja einer. Schöner wieder an, das ist ja toll. So kann man sagen, so kann man sagen. Dann haben wir zum Beispiel, das müssten Sie auch noch kennen, Cha-Cha-Cha. Gibt's denn noch? Hören Sie mal hin. Also, was da alles drin ist, was vielfalt, gell? Was da alles drin ist, 8,50 Marks, fast geschenkt sein. Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage noch. Ist da auch Lombarda drin? Lombarda? Moment, ich will nicht lösen, ich will nicht lösen. Da muss ich gerade mal nachgucken, weil ich habe das Prospekt jetzt seit gestern Abend hier. Moment, das müsste aber drin sein, Lombarda. Warte, das ist er nicht. Nee, das war nicht. Aber der ist drin, 8,50 Marks, da ist alles drin. Pass auf. Das ist er auch nicht. Warte, das ist mal Beat 18. Das ist so nett. Na, das klingt schon ein bisschen, geht schon in die Richtung. Warte, das müsste es sein. Da ist er schon. Da ist er ja. Lalalala. Lalalala. Das ist auch schön, das muss geredet, ne? Das ist wunderschön, ach, das gefällt mir gut. Weißt du was, packen Sie es gleich ein, ich nehme es mit. Ich packe es gleich ein. Ja, ist das schön. Aber ich sage Ihnen was ganz ehrlich, ja? Was sagen? Wenn der Lombarda nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das Gerät nicht genommen. Na, dann haben wir zwei nochmal Glück gehabt, ne? Ja, der Lombarda. Ich packe ihn ein. Ich packe ihn ein. Ich packe ihn ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017